Musik Willkommen zum Mittwochsimpuls der Kirchengemeinden hier in Haiger. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Thorsten Weil und ich bin Prädikant im Dekanat an der DIL. Ist euch eigentlich bewusst, dass heute Feiertag ist? Heute ist Buße- und Bettag. Mit dem Begriff Beten können wir ja sicher an etwas anfangen. Aber beim Begriff Buße tun wir uns ja schon eher schwer. Buße ist eher negativ besetzt. Wir müssen für etwas büßen. Dafür wirst du mir büßen. Das ist so, als ob Büßen immer etwas damit zu tun hat, eine Strafe auf sich zu nehmen. Das ist in der Bibel völlig anders gemeint. In der Bibel steht Buße dafür, wenn man erkannt hat, dass man sich von Gott entfernt hat und umkehrt und zurück auf den Weg zu Gott führt oder sich umdreht und zurück den Weg zu Gott geht. Das ist in der Bibel mit Buße gemeint. Buße ermöglicht Zukunft. Um das etwas zu verdeutlichen, habe ich einen Bibeltext ausgesucht und der steht in Jona Kapitel 3. Jona führt Gottes Auftrag aus. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, Geh in die große und mächtige Stadt Niniveh und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Niniveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, Noch 40 Tage, dann legt Gott Niniveh in Schutt und Asche. Diesem Moment waren Jonas Überlebenschancen nicht mehr besonders groß. Er kommt in eine fremde Stadt, als ein fremder Prophet, von einem Gott, der in Niniveh nicht angebetet wird. Und er tritt öffentlich auf und verklagt alle Menschen, die in der Stadt leben und weist sie darauf hin, dass ihr Lebenswandel völlig falsch ist. Aber Jonas' schlimmste Befürchtungen treten nicht ein. Denn da glaubten die Einwohner von Niniveh an Gott. Sie beschlossen zu fasten. Und alle von den Einflussreisten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen der Reue Kleider aus grobem Stoff an. Die Menschen glaubten der Predigt eigentlich völlig unerhört. Sie gehen in die Reue. Sie erkennen, was sie falsch gemacht haben. Es tut ihnen aufrichtig leid. Sie zeigen das nach außen, indem sie grobe Stoffe tragen, Trauerkleidung tragen. Auch dem König von Niniveh war Jonas' Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg vom Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. Der König macht seinen Thron frei. Er macht seinen Platz frei für einen Größeren. Er macht seinen Platz frei für Gott. Damit demütigt er sich vor Gott. Und er zeigt ganz klar, dass er nicht die letzte Instanz ist, sondern dass Gott die letzte Instanz ist und dass ihm der Thron gebührt. Der König demütigt sich. Das bedeutet hier nicht, dass er sich irgendwie Gott unterwirft, sondern, dass er zu erkennen gibt, welche Position er als König hat und welche Position Gott zusteht. Gott steht immer noch über dem König. Gott gehört auf den Thron. Und der König kann in Buße und in Vergebungsbereitschaft immer wieder zu Gott kommen. Und der König handelt auch für alle anderen Menschen in der Stadt. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen. Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder die Menschen noch die Rinder, Schafen oder Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Was ist das denn eigentlich für ein Vorbild? Das ist doch mal eine Führungskraft. Er setzt erst um, was er von den anderen verlangt. Er geht selbst erst in die Asche und sagt dann seinem Volk, dass es auch in die Asche gehen soll, zur Buße. Er gibt eine konsequente Anweisung. Er sagt ganz klar, was zu tun ist und was seinem Volk vielleicht noch helfen kann. Er versteckt sich nicht, sondern er übernimmt Verantwortung für sein Volk. Und er geht voran. Im letzten Vers des Kapitels steht die Reaktion Gottes. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Buße und Reue bewegen Gott also zur Gnade. Das Zusammenwirken von Buße und Gnade ermöglichen eine neue Zukunft. Der König und die Menschen von Nineveh haben auf die Predigt des Jona gehört. Sie haben ihre Chance genutzt und sind vor Gott in die Buße gegangen. Und Gott hat sich gnädig erzeigt. Das hat ihre Zukunft und ihr ganzes Leben verändert. Was können wir heute für den Tag mitnehmen? Sind wir eigentlich bereit, in die Buße zu gehen? Hinterfragen wir uns, was wir tun? Können wir uns entschuldigen? Sind wir bereit, anderen Menschen zu vergeben? So wie Gott den Menschen in Nineveh vergeben hat? Buße, Vergebung und Gnade. Das gehört zusammen. Wenn wir in die Buße gehen, erkennen, dass wir falsch gehandelt haben, dann ist unser Gott gnädig und vergibt uns unsere Schuld. Das sollten wir auch gegenüber unseren Mitmenschen tun. Wenn wir das in unserem Umfeld umsetzen, dann können wir unser Leben und unsere Zukunft und auch die Zukunft unserer Mitmenschen wirklich positiv beeinflussen. Ich wünsche allen einen gesegneten Mittwoch. Ich wünsche euch an den Kurzproch. Ich wünsche euch allen Ihnen Sk